In einer reflexiven Einheit, ja, und das muss man natürlich auch ein bisschen mit dem Team üben und diese Offenheit und vor allem, dass zuerst das Vertrauen und dann die Offenheit hineinkommt. Aber all das, ich habe mir gerade gedacht, ja, wenn du regelmäßig eine reflexive Einheit machst, dann kommt es gar nicht zu dieser Situation, dass du einen Schuh fix hast, wo alle Teammitglieder der Meinung sind, tu nicht böse, das ist komplett unnötig. Weil das wird schon beim dritten Mal, wo das stattfindet oder so, wird schon einer sagen, so du, boah, ich weiß nicht, jetzt sitzen wir da immer eine Stunde die Woche zusammen und eigentlich, ich habe da nichts zu tun in dem Ding, warum sitze ich da eigentlich? Also das wird bei uns zum Beispiel total besprochen werden und dann, ja, na gut, schauen wir beim nächsten Mal noch, wie es ist oder so und wenn dann wieder drei Leute sagen, so du, für was tun wir das, dann wird das einfach nicht passieren. Und ich habe heute zum Beispiel auch so eine lustige, eine große Überraschung erlebt, ich war mich noch eingeloggt in eine Besprechung in der Früh und die war halt nach sieben Minuten wieder vorbei und dann war die Überraschung groß, so, boah, ich habe jetzt aber kurze Besprechungen und das ist so, ja, wir haben einfach eine Besprechung, das ist eine regelmäßige Besprechung zu einem gewissen Thema, da werden die fünf Punkte abgearbeitet, die es gibt und dann sind wir fertig und dann gehen wir alle wieder. Und manchmal dauert es halt zehn Minuten, manchmal dauert es sieben Minuten und manchmal sind wir nach fünf Minuten einfach fertig und der Punkt ist halt, ja, was soll man denn machen, soll man eine halbe Stunde beieinander sitzen und balabern, wir sind ja nicht, und das kommt halt aus diesen Optimierungen heraus, nach denen man natürlich schon immer streben muss und ich weiß halt, ich sehe diese Scorecard in dem Bild irgendwie nicht, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.